Hallo auf Hecht der KKL Kunstkultur Literatur. Wir möchten einmal heute Dank sagen an all diejenigen, die unser Magazin honorieren, unser Schaffen, unser Erschaffen honorieren und damit natürlich auch unterstützen. Vielen Dank dafür, denn es ist immer ein wichtiges Kunstkultur und Literatur zu unterstützen und vor allem auch die Reichweite noch weiter zu verbreiten für unsere Veröffentlichungsmöglichkeit, die wir hier haben und bieten. Ja, lieben Dank dafür und wenn du vielleicht als Kunstinteressierte auch dies unterstützen, dies honorieren möchtest, dann schau einmal hier auf die Kanal-Info-Seite oder auf die Seite kunstkulturliteratur.com und da unter über Hashtag KKL, da siehst du dann, wie du das machen kannst, wenn du möchtest. Vielen Dank dafür und dir alles erdenklich Gute. Dein Jens Faber-Neuling. Tschüss.